ARD Text im Auftrag von Funk 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 bestimmt die fall da auch noch kann das nicht da bist du immer voll gut dran die ersten beiden sind immer leicht aber dann das richtig ja ich habe nichts davon ich kann mich nicht merken leute oder ja da wenigstens zweiter mit 2 23 und egal was würfelst du ich habe schon das zehn der mann des feige würfel 17 auch kommen jetzt auch damit aber das ist kacke wobei ich habe gemerkt du kannst du noch im tas noch für kurze zeit dann noch kurz hinpläsen kannst du kurz nutzen da ihr da habt ihr auch noch mal gesehen da ich stand kurz dann aber also kann man kurz drauf laufen bei mir klappt es nicht mit den blöcken setzen ja ich fahre noch nie zu weit oben jetzt ich bin der grüne nein nein auch tut macht sich eigentlich habe ich kein bock mehr ich bin ich auf einmal flitter wenn du vorm ziel ist dann noch mal verkacken tust und selber gerade getrappt nein 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 ich bin der grüne ich bin ausrasten digger naja hier hallo leute wir haben future gefunden ne sechs nicht schon wieder du ja wir können doch so ok bundes chaos bei mir war wieder nichts waren die auch bei der ersten und auch das ja da gibt es bei dir so eine riesenfläche einfach ich kann es dir ich könnte mir so auch was ist in orange hinter dir gleich hinter dir war etwas der mensch mit dieser fahr x und also man muss nichts ins ziel schaffen die zeit läuft der nummer zeit ist doch ein witz ach komm digger wie viel noch will bei mir heute auch noch ein checkpoint kommen oder so die kommt unten die ganze zeit ein checkpoint bei mir schon mal wie weit oben ich bin bei mir ist nicht ein checkpoint wenn ich jetzt runterfall ich habe es geschafft ich habe das erste mein kompletten leben geschafft boah boah gerade noch so dicker dritter und eine zwei ja das muss eh einen eigenen haben sonst geht sich zwei und drei komm digger wir sind ja wirklich ein ne digger dieser 8 4l und der dieser feckster sind schon wieder erster und zweiter ach komm ich spawne genau neben so einem dude ja ich bin zweiter und dieser bhl digger dhl jungen weiter drei schon wieder mit zwei digger ich hasse diese zwei ja knock out der rennen wir da her und weiß nicht mit mir was zu tun hat der ja ich habe diesen komischen steve da gerade besiegt oh drei kill schon da ist er noch ein langer block er hat mir einen langen block geklaut naja wow dieser doppel sprung ist ja sowas schon schlecht ja das bringt wirklich nichts wenn es weiter die rennen mir auch alle in die arme ich weiß gar nicht ob ich bei dem spielmann top trainer klang du hast mich ich hab dich ja aber ich bin hinter dir auch schade rekordplatz die weiter 22 22 23 ich habe eine fünf leger ich höre einfach auf zu spielen okay und so ein scheiß game mit sko ich habe gutes equip digger ich ich habe gutes equip und ich kill gerade leute steinschwert mit go danke nein 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 dagegen ich habe ich keine chance gegen dich habe ich keine chance willst du meinen anderen greifen und ich falle gegen meinen anderen nein ich hasse bäume ich hasse bäume bäume ist ein stech der bäume bringe einen das ist der stärker hast du es gesehen die kombo ja wo ist eigentlich der andere unter mir ich habe kein feuerzeug im moment wenn du da holz nicht aufeinander stecken kannst in erster mitte habt ihr schuhe eisenschwert danke an der stelle hat ein kill wie sie digger verbrennungsschwert ja verbrennungsschwert dieser dieser 8 4l verbrennungsschwert an die warte mal hatte ich vielleicht auch 1 weil ich hatte so ein holzschwert verzaubert ist dann ich habe nicht geschaut was ich werde dass dieser 84 grüder später wird er sterben weil das schlechteres equip hat was achtzeiten merkels hat er ja der andere 2 kann bock auf das geben aber auch eine 2 gehört bin fällt 33 ich bin dritter wenn ich jetzt mich wenn ich jetzt gut würfel noch digger komm jetzt ich will ich will top 3 bleiben wenigstens okay das kann ich er das kann ich den ärzt sein ja aber auch lächnerlich er war ein millimeter vor mir ich bin zweiter oh mein gott digger ich bin zweiter ich bin zweiter laser tag da rassiere ich auch manchmal ich darf jetzt nicht ich muss jetzt richtig gut kills machen so ab ein ich finde das laser tag hier ja kacke magst du auch nicht so ne echt ja aber nicht hier weil du kannst du den gegner mit deiner waffe einfach zerschlagen geht dann echt auch nicht ich kann nicht meine aufgabe spieler kühlen ja erster let's go let's go erster mit dem anderen agent special von mir eine 2 digger mann erhebt mich jetzt langsam auf 10 digger ich habe eine 10 let's go was wie viel wie viel fäder braucht man also der erste braucht nur fünf ich könnte heute ist red und wenigstens weil ich das nicht gesehen habe ich bin im ziel mit dem anderen acht Der ist wirklich der größte Switter. Jetzt auf einmal macht er wieder mit, Digga. Und ist wieder der größte Switter. Digga, den kannst du nicht besiegen. Was ist los mit dem? Der zockt den ganzen Tag nach der Party, der Dude. Ne Zwei, Digga. Ne, ey. Und der Fünf. Meine Güte. Ja, der eine hat gewonnen. Der eine hat schon gewonnen. Aber du bist Zweiter. Ich bin mit 57. Ich bin mit 57. Ja, wie hat euch viel gefallen? Jetzt hängt sich kurz mal Minecraft auf. Ja, Leute. Wie hat euch das Video gefallen? Also, Feudu ist einmal Zweiter geworden, Leute. Ich hatte Oldrunner Pech nur Zweigwürfel. Ich hasse jetzt die Zahl 2 und am, ja. Schaut auf jeden Fall gerne noch mal ein Feudu vorbei, Leute. Macht auch richtig geilen Content. Solltest du neu sein, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo lassen. Und gerne auch die Glocke aktivieren. Keine weiteren Akten, wie soll es verpassen. Wir haben uns heute wieder live, Leute. Und, ja. Mir wird noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. 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 Ciao.